Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Skyrim in Hübsch. Und wir sind noch immer hier drin in dieser Halle. Und ich merke auch schon wieder, dass es wieder ruckelt. Also, tut mir leid, damit müsst ihr jetzt diese Aufnahme leben. Nächste Aufnahme gelobe ich. Besserung. Wir werden mal gucken, was dann läuft. Oh mein Gott. Lauf. Wow. Scheiße. Kritischer Schlag gegen Zwergen Centurion. Oh mein Gott. Du läufst doch bloß nicht hier rauf, oder? Das wäre äußerst fatal für mich. Er tut es tatsächlich. Wie soll ich denn jetzt... ...gegen den... ...wauw. Äh, ja. Noch ein Gorn. Stopp. Objekte. Tränke. Auf jeden Fall einmal. Äh, haben wir noch irgendwo eine Resistenz? Magie-Resistenz? Hm. Eis-Resistenz. Ja. Das ist auf jeden Fall sehr gut. Kleine Heilung. Und nehmen wir mal eine starke Heilung. So. Verdammt. Ja. Oh mein Gott. Mein Gott, mein Gott, mein Gott. Das ist nicht gut. Das ist gar nicht gut. Das ist überhaupt nicht gut. Was der hier mit uns macht. Hm. Wo komme ich denn sonst... ...an den? Kau! Nein. Nein, 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 nein. Auf jeden Fall ist es da oben eine gute Idee. Eine sehr gute Idee, hier oben. Nach hier oben zu gehen. Sollten wir vielleicht einfach nochmal versuchen. Hm. Ich habe auch das Gespür, ähm, das Gespür, das Gefühl, dass ich für diese Region zu UP bin und erpowert. Denn sonst wäre das wahrscheinlich ziemlicher, ziemlicher einfacher. Ziemlich einfacher, ähm, ich verstehen. Boah, wie er mich einfach nur nicht sieht. Geil. Ich habe es geschafft. Ich hoffe, das war der Einzige. Ich kann es jetzt einfach nur hoffen. Sonst habe ich verkackt. Und zwar so richtig. Was hat er denn dabei? Ein Schlüssel. Einen mächtigen Seelenstein. Eine Rubin. Fulkanglas-Pfeile. Dynamo-Kern-X2. Dynamo-Kern-X2. Das, das, das. Hier, die kommen nicht weg. Manu. Komm, ich werfe mir den Drachen-Schuppe weg. Und hol mir dafür dann... einen dieser Dynamo-Kerne. Und... Speicher, ganz wichtig. Natürlich. Immer speichern. Wer weiß, ob da nicht noch so eine... noch so eine komische Centurio ist. Ich hoffe mal nicht. Oh. Der ist schon tot. Gut. Umso besser für mich. Ich habe ja gerade gespeichert. Boah. Ich... Wir müssen eigentlich gucken, ob es so eine Schnell-Speichertaste gibt. Dafür... Ist hier irgendwo was? Boah, ich bin... ...total... ...vorsichtig... ...wiegen Dark Souls, weil... ...einfach mal... ...da ist ein Item und... ...da fällt dir plötzlich ein Monster von der Decke, frisst dich auf und du bist tot. Sola, machen wir, dass wir hier wegkommen. Hat es dir noch nicht genug Tote gegeben? Oh, aber natürlich wollt ihr, dass ich gehe. Ihr wartet doch nur darauf, dass ich euch den Rücken zukehre. Damit ihr den ganzen Ruhm für euch beanspruchen könnt. Was? Was war das? Ey! Wieso seid ihr böse auf mich? Ich habe euch nichts getan! Oh, sterbt schon! Hallo! Genug! Genug! Ich ergebe mich! Nein! Hallo! Hey! Wo laufe ich gerade hin? Ich weiß es selber nicht. Stopp! Objekte. Einen Trank schlucken. So. Das war schon alles? Wirklich? Stopp! Ähm... Objekte. Noch einen Trank und äh... Ich nehme doch lieber mein... ...Schwert. Ich töte euch an anderen Stelle. Das ist unfair. Kann ich... ...etwas für euch tun? Das ist unfair. Das will ich nicht. Ihr habt das nicht. Das war nicht rechtens. So macht man das. Ganz einfach. So, und jetzt? Hallo. Hallo. Nein, stopp. Böse. Gib mir mein Schwert. Stopp. Ja? Natürlich bin ich so scheiße. Und ich schaffe das auch wieder nicht. Nochmal. Ich glaube, ich muss erstmal die Frau da beseitigen. Ihr, ihr wartet doch nur darauf, dass ich euch den Rücken zukehre, damit ihr den ganzen Ruhm für euch beanspruchen könnt. Ist da jemand? Lassen wir die Spielchen. Ja, komm schon hier hin. Fein. Komm her. Jetzt kann euch niemand mehr retten. Ey, der ist ja auch so stark. Och, Manu. Das ist unfair. Das ist unfair. Ihr seid scheiße zu mir. Oh, aber natürlich wollt ihr, dass ich gehe. Ihr wart doch nur darauf, dass ich euch den Rücken zukehre. Damit ihr den ganzen Ruhm... Was? Ist das schon alles? Ist das alles, was ihr könnt? Ich... Kümmer mich mal nicht um die. Wohl mal. Kann ich mal ein bisschen mithelfen? Ja, komm. Mach euch gegenseitig gleich. Hallo. Geht doch. Kaiserliches Schwert des Frosts. Was hat die dabei? Stahlplatten. Alles schwere Rüstung. Schild. Uh. Blutungsschaden. Gehört aber auch zu schweren Rüstungen. Egal, ich nehme es mit. Denn dann kann ich es entzaubern. Und dann nehme ich erst mal das wieder mit. Gut, dass ich hier oben drauf saß. So. Ja, genau. Speichern. Und dann gucken wir mal, was das hier ist. Ah, das ist auch wieder so ein Rückkehrpunkt. Gut. Sehr, sehr gut. Ja, ich glaube, das war... Mal wieder doof, das zu aktivieren. Egal. Wir laufen noch mal weiter runter. Und... Damit ich müsste... Gleich mal gucken, wie das mit den Aufnahmen geht. Denn das kann so nicht weitergehen mit dem Ruckeln. Das tut mir auch leid euch gegenüber. Deshalb... Würde ich sagen... Hören wir hier genau auf. Und schauen uns das demnächst mal gründlicher an. Bis dann. Haut rein.